Hallo, Leute. Wir sind gerade aufgestanden. Okay, Minecraft! Langweilig. Du hörst dich an wie so ein Schwein, was ich... Oh, lol, aber Schweine droppen halt legit Bacon, man. Ich schwör's dir. Echt? Jetzt gibt's wirklich Bacon bei Schweinen? Ja, ja, ja. Leute, beise weh, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, guckt euch unbedingt meine letzten Videos an. Bitte, 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 Leute. Ich brauche das. Guckt euch alle meine Videos an unter www.youtube.com slash langweilig. Hast du dich auch schon mal gefragt? Deine YouTube-URL, Lars, ist einfach langweilig. Aber guck mal, hast du dich auch schon mal gefragt, wie viel Videocontent du so mäßig in den letzten Jahren gemacht hast? Wie viel Videocontent ich in meinem Leben gemacht habe? Ich glaube, ich habe über 3000 langweilige Videos aufgenommen. Das glaube ich auch. Aber wie lange müsste man die Videos gucken am Stück, um alle anzugucken? Zwei Tage oder so. Na, länger. Zwei Minuten. Ich glaube, länger. Ich glaube, länger. Zwei Sekunden. Einfach durchgeguckt. Zwei Sekunden. Sag mal, wie macht man Kürbiskuchen? Keine Ahnung. Was? Wie jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auf jeden Fall... Lol, hier ist wieder der Maulwurf. Der Maulwurf ist einfach wieder da. Der Maulwurf? Aha, ich muss ihn auch heute sehen. Der ist wieder da, der ganz am Anfang da war. Ich liebe den Maulwurf. Er ist einer der süßesten, den es so gibt. Leute, checkt unbedingt die erste Pilotenfolge aus. Roman hat nichts gemacht. Nein. Und ich habe auch nichts gemacht. Weil das hier ist Minecraft langweilig. Doch, Lars ist einfach fünf, war fast gestorben. Und eigentlich, laut meiner Prophezeiung, müsste Lars eigentlich ab dieser Folge ausscheiden. Nein. Nämlich an irgendwas Dummes stirbt. Nein, Mann, das ist jetzt erst die zweite, oder? Das ist jetzt die zweite Folge. Ja, stimmt. Ich habe gesagt, du stirbst erst in der dritten, gell? Ja. Aber in der zweiten hast du fast sterben. Guck mal, du kannst dich noch nicht mal mehr daran erinnern, was du mir für komische Vorwürfe machst. Was du mir für komische Vorwürfe gemacht hast? Getan? Ja, du machst mir immer so komische Vorwürfe und sagst dann immer, oh mein Gott. Ich will eigentlich nichts anderes, außer, dass du bei mir im Hotel, ich will, dass du in meinem Hotel herkommst, zu Besuch, an die Cocktailbar. Und dass du dir bei mir, bei mir gibt es nämlich auch eine Cocktailbar im Hotel, was ich hier gebaut habe. Echt? Aber du willst ja nicht vorbeikommen. Echt jetzt? Oh mein Gott, was? Wie uninteressant ist das denn? Und Pool. Weißt du, wir müssen so in Minecraft langweilig, müssen wir so richtig uninteressante Sachen machen und so tun, als wäre das so richtig interessant. Weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott. Du hast wirklich gerade Holz abgebaut. Jo. Ja. Alter. Ich habe gerade. Ich werde einen Dönerladen aufmachen, auch in diesem Projekt, glaube ich. Und dann werde ich keine Kunden haben, weil es so langweilig ist. Das ist viel zu cool. Das finde ich irgendwie. Das ist echt zu cool. Wir müssen langweilen in Gangstein. Ich glaube, oh mein Gott, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich mache einen Nähladen auf, wo man richtig nähen kann. Wow. Das ist was wir brauchen. Und ich werde die Wolle dafür machen. Oh nein, ich habe meine Ranke kaputt gemacht. Kommst du mal anspawnt? Oh Mann. Wir müssen hier eigentlich Dings, wir müssen eigentlich jetzt mal gucken, was es als nächstes Aufgabe gibt. Wir müssen die Aufgabe abholen, ne? Okay, warte, ich komme sofort vorbei. Ich muss hier nochmal kurz. Ah, warte mal, ich bin so dumm. Ich gucke jetzt mal, was meine Aufgabe ist. Ich kann doch hier. Oh mein Gott. Ich habe die, oh mein Gott, ich habe die interessanteste Aufgabe von allen. Juhu. Oh. Wie, jetzt hast du eine Aufgabe? Hey, bist du schon bei der Aufgabe? Ich mache gerade noch Steak. Sag mal, wenn man Steak am Lagerfeuer brät, kann das auch verbrennen? Äh. Ich glaube schon, gell? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, meine Aufgabe ist so nice, Mann. Ich habe die krasseste Aufgabe. Ja, das kannst du mir meine Aufgabe, bitte. Ne, wobei, ich hole meine Aufgabe selber. Ich habe die krasseste Aufgabe von allen. Das ist die wichtigste Aufgabe von allen. Weißt du was? Du liegst. Soll ich dir das sagen? Ne, ich sage es einfach nicht. Nein. Oh mein Gott. Juhu. Oh mein Gott. Junge, warum sind die so brutalst stark? Das ist ja so unfair. Ich kann dir übrigens sagen, gegen ein Skelett würde ich persönlich nicht gerne antreten. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass ein Skelett uns sehr leicht auseinander nimmt. Beziehungsweise, ich habe schon gegen ein Skelett gekämpft und es hat mich dann fast kaputt gehauen. Das war echt langweilig. Ich habe einen Schlafkrieg gehabt. Das war so langweilig. Ich kann nicht anders. Ich baue mir nochmal eine Hacke. Ich glaube, wir brauchen halt einfach Holz, weißt du? Weil wir haben nämlich hier einen Mangel an Holz, glaube ich. Ja, komm, ich bleibe jetzt einfach hier in der Höhle. Weißt du was? Wie man so schön gesagt. Was war das? Schizzle Brown? Halte deine Feinde fern. Schizzle Brown. Ja, aber du hast Schizzle Brown. Das ist alt Insider, Leute. Alt Insider. Wir brauchen Saplings, damit wir Bäume anpflanzen können. Und es gibt auch andersfarbige Bäume. Wollen wir vielleicht andersfarbige Bäume, bunte Bäume bauen? Bunte Bäume. Bunte Burger. So, ich baue jetzt erstmal ein bisschen meine Höhle aus, bevor ich meine Aufgabe erledige für heute. Weil, nämlich wenn ich meine Aufgabe erledige, dann bist du auch erledigt. Ich weiß nicht. Alter Junge, was war das für eine Voice? Mach dir jetzt mal einfach ein Bett. Okay? Mach dir jetzt einfach ein Bett. Ich habe nur eine Wolle. Mach dir ein Bett. Wolle. Eine Wolle. Weißt du, was du hast? La-oh-wolle. Weißt du, was du hast? Was habe ich? Einen schlechten Therapeuten. Alter, hier ist ein Esel. Ich habe dich gefunden, Lars. I-A. Weißt du, es sollte eigentlich Minecraft langweilig sein, aber du bist mir zu nicht langweilig. Langweilig. Oha, Alter. Das Projekt muss langweiliger werden. Meine Höhlen, die ich hier habe, sind ultra sick, Mann. Das seht ihr alles nur auf www.youtube.com. Nein, Leute, schaut lieber mein Video. Hä? Wo ist meine Höhle? Ich finde die nicht, weil ich habe meine Höhle verloren. Guck jetzt. Das wäre ein guter Zeitpunkt. Oh mein Gott. Alter, zum Glück war da Wasser. Das habe ich mir gedacht. Profi. Mann, Alter, es sind überall... Äh, mein Baum ist gewachsen. Hä? Wenn ich den Baum mit mir abbaue... Wo ist denn jetzt meine Höhle, Mann? Das ist das langweiligste Projekt, was ich auf YouTube jemals gesehen habe. Aber es muss auch mal sein, weißt du? Es muss halt langweilig sein. Es ist nämlich hardcore langweilig. Also... Hardcore langweilig. Was denn? Ich werde mich bald auf jeden Fall meiner... Oh, jetzt habe ich meine kompletten Türen zugebaut. Was superintelligent ist, Lars. Was machst du denn? Tust du dich deinen Aktivitäten sozusagen widmen? Ja, genau. Meine Aktivitäten widmen. Ich baue mir jetzt erstmal eine Kiste. Weißt du? So eine schöne Kiste. It's just look. Weißt du? Einfach eine Kiste. So, da kann ich dann so Sachen reinlegen. Aber das ist wirklich sehr, sehr langweilig. Finde ich gut. Gefällt mir. Wie kann man nochmal einen Sattel bauen? Das Video ausschalten. Sag mal, wie baut man einen Sattel? Den kannst du nicht bauen. Du musst einen Sattel finden. Nee. Echt? Soweit ich weiß schon. Ich weiß nicht, ob die das geupdatet haben. Aber soweit ich weiß, musst du... Sattel. Musst du finden. Ich google das. Ah, Sattel können nicht hergestellt werden. Aber man kann sie in den Truhen von Dörfern verfließungen... Äh, verließen. Verfließungen. So, als ob da so Fliesen gelegt sind. Als ob so Fliesen auf dem Boden sind. Ja, ja. Das sind so überall Fliesen. Okay. So ein paar Türen gemacht. Let's go, my man. Was ist das hier? Das sieht echt sehr, sehr toll aus. Also Lars, ich kann übrigens... Ich kann immer noch nicht schlafen gehen, weil... Du ein Depp bist. Weil ich ein Depp bin. Ich bin ein Depp. Ein Deppel. Ein Deppel. Ein Deppel. Und deswegen... Ich hab halt kein Schaf gefunden. Was soll ich denn machen? Wo bist du überhaupt die ganze Zeit? Warum besuchst du mich eigentlich nicht? Cheat dir doch einfach eins. Du cheatest doch die ganze Zeit. Ihr müsst wissen, vorhin als Aufnahmestopp war, hat Lars gecheatet. Was soll ich denn gecheatet haben? Man sieht einfach genau in der letzten Folge alles noch wie vorher. Nee, du hast dir sowas... Mann! Leg jetzt die Tür da anders hin. Was ist denn los? Und dann hast du noch was anderes getan. Jetzt hab ich dir einfach noch... Was denn? In der Nase gepopelt. Du hast gecheatet. Also haben halt die Leute... Weißt du, Roman, betroffene Hunde beißen oder wie man das sagt. Also du hast gecheatet. Lügenbaron bist du. Du hast gecheatet. Ich weiß gar nicht, wie du lügen kannst, ohne rot zu werden. Du hast gecheatet. Warte, ich bin noch besser. Schämst du dich nicht, deine armen Zuschauer? Deine armen Zuschauer. Hier, guck mal. Ich lasse mir nichts mehr gefallen von dir. Du bist Dings. Du bist das Böse in Person. Du bist das Böseste, was mir je passiert ist. Kannst du, Roman, wollen wir mal eine Folge machen, wo du einfach nicht singst? Was hältst du von der Idee? Ich und nicht singen? Was hältst du von der Idee? Die finde ich richtig gut. Ja, das mache ich immer zu. Den Müll, hier braucht eh keinen Menschen. Jetzt kann ich mich erstmal ins Bett legen. In mein Bett, in meiner... Oh mein Gott! Alter, bin ich erschrocken! Oh mein Gott! Ich habe halt gedacht, das ist ein Monster gerade, was da kam. Aber es war auch ein Monster. Ich bin auch ein Monster. Ich bin richtig pumped up, Monster. Oh, da ist eine Kuh, die nehme ich mir gleich mit. Nein! Die habe ich extra nicht gekillt. Wie jetzt? Du hast die nicht gekillt. Wolltest du die etwa nicht killen? Ich hate dich jetzt. Ich mache jetzt Dings. Ich gebe jetzt jedem deiner Videos ein Dislike. Hör jetzt auf! Oh, Digger, wirklich. Oh, Digger, Putz. Warum machst du das? Das sieht aber ganz geil aus hier drin, irgendwie. Ja, glaube ich dir. Ich baue das natürlich nicht zu. Leg dich jetzt ins Bett oder verlass den Server. Ich will jetzt, dass das aufhört. Okay, mache ich. Digger, was... Ich habe nicht mal eine Schaufel hier drin. Das fällt mir gerade auf. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh Gott. Was machst du denn? Ja, gut. Jeder von uns hat seine Aufgaben für die Folge. Und ich habe meine Aufgaben schon ganz gut gemacht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lol. Oh, lol. Oh mein Gott. Lass, ich muss von dir nach Hause. Ja, dann bau dich mal hier rein. Komm. Oh Gott. Nein, ich kann es nicht. Komm einfach rein. Ich habe die Tür offen für dich. Immer. Aber du musst schon den Vordereingang nehmen. Hintereingang. So war das doch. Hast du zufällig einen... einen String? Ich habe einen String dabei. Klar habe ich einen String dabei. Alter, ich höre eine Spinne. Und es ist einfach eine Spinne mit einem Skeletten. Es ist spinnbereiter. Komm, lass ihn zusammen machen. Aua. Okay. Okay. Aber ich habe keinen... Oh mein Gott, da ist ein Phantom. Da sind mehrere Phantomen. Nice. Oh mein Gott, ich bin sowas von raus. Guten Morgen, guten Morgen, liebe Phantome. Seid ihr auch schon wach? Ah, rein da. Hör auf. Roman, nicht. Du bist... Alter, wenn ich wegen dir sterbe. Das kannst du doch nicht machen, Junge. Du kannst doch nicht mich hier ausbauen. Weißt du, ich... Jeder andere wird eingebaut. Du hast mich einfach ausgebaut. Ich habe dich schon in der Folge ausgebaut und eingebaut. Das ist wie bei Fortnite einfach, gell? Ja, Mann, das ist echt gerade wie bei Fortnite. Alter, die Aufgabe von mir ist halt einfach gewesen, dich heute einfach zu nerven. Deswegen mache ich das einfach. Das ist aber nicht nerven, wenn ich... Hier in Minecraft... Langweilen. Ich kann mir von dir vielleicht etwas ausleihen. Was brauchst du? Das Bone Meal. Aber bitte klau nicht. Alter, was laberst du da? Hör auf. Was denn? Du hast meinen Apfel geklaut und alles. Nein, den Apfel habe ich nicht. Na klar, du hast meinen Apfel geklaut, du hast... Ich schwöre es dir, ich habe den Apfel nicht geklaut. Doch, Mann. Hier. Ah, doch, ich habe ihn. Hier. Danke, Mann. Das ist ein Billigapfel, den ich dir geschenkt habe. Wie kannst du es wagen? Okay, gut, dann esse ich den jetzt. Hey, Mann, hör doch auf. Ich brauche den. Das ist wichtig. Ich habe den gefunden. Hör auf. Ich habe... Hör auf. Hey, hey, hey. Ich esse ihn auf. Nein, bitte. Hör auf, sonst lasse ich die Dinger hier rein. Guck mal, wie lange ich kann. Hör auf. Gefährlich, hä? Gefährlich. Hör bitte auf. Hör bitte auf. Oh, das war am längsten bisher. Nicht, dass ich ihn noch aufesse, oder? Bitte, Roman, lass es. Ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Hör auf. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe den extra aufgehoben. Ich knabber doch nur an ihm. Okay, hier hast du ihn, Mann. Hier, nimm. Lass, nimm. Okay, man kann den Witz natürlich auch noch länger machen, wenn du willst. Komm. Hier, wirklich. Jetzt ist es wirklich für dich. Kein Spaß. Hier, guck, ich gehe weg. Er ist für dich. Er ist für dich. Lass mich in Ruhe jetzt. Ist doch deiner. Ich würde dir das niemals wegnehmen. Ich gehe jetzt, okay? Ich gehe. Ich habe mir jetzt wirklich... Was ich jetzt noch mal kurz sagen möchte, weil ich bin kein Dieb. Ja? Ich bin kein Dieb. Aber ich habe mir bei dir Bonemail ausgeliehen und werde es jetzt verwenden. Und warum machst du meine Töne nicht zu? Keine Ahnung, bockt mich doch nicht. Ich bin kein Dieb, aber ehrlich. Juhu! Ja, aber hast du wirklich kein Seil? Nee, Mann, ich habe kein Seil. Also nicht Seil, sondern... Ich habe keine Seil. Keine. Verstehst du? Okay, weil sonst kann ich meine Aufgabe halt heute nicht erledigen. Das fehlt mir halt. Mir fehlt halt ein String. Das nennt sich Minecraft langweilig. Und zwar 1 zu 0, weil ich habe meine Aufgabe erledigt und Lars nicht. Ich konnte die nicht erledigen. 1 zu 2, weil... Nee, selbst letzte Folge hat Lars seine Aufgabe erledigt. Klar, na klar, natürlich. Ich habe meine Aufgabe sowas von erledigt. Ich habe eine Höhle. Ich habe eine Höhle gehabt, gefunden. Ich habe die immer noch. Weißt du, was dir halt fehlt? Weißt du, was dir halt fehlt? Dass du einfach fair bist. Das fehlt dir. Was? Hä? Oh mein Gott. Du brauchst nur zwei Sticks und zwei Strings. Ich hätte die ganze Zeit eine Angelcraften können, Mann. Ja, weil man Wolle und so benutzt. Damn. Ich hatte halt die ganze Zeit genug Strings, um es zu machen. Oh mein Gott, ist das langweilig. Das wäre echt mal eine richtig langweilige Folge. Alter, geil. Ich habe die langweiligste Folge überhaupt. Ja, Mann. Du hältst den Rekord mit den langweiligsten Minecraft-Folgen. Challenge einfach. Komm, ich angel jetzt. Ist mir jetzt egal. Zack, let's go. Wo ist jetzt die zweite Kuh hin? Hier, komm mit Kuh. Yes, yeah. Komm mit, Babys. Yeah. Kommt schon. Kommt zu Hotel Arizul. Oh mein Gott, die Fische beißen heute wieder wahnsinnig gut, ey. Bist du schon richtig am Angeln, oder wie? Bin am Hasseln. Komm mit, Mann. Am Hasseln. Am Hasseln, Fisch. Bin am Hasseln. Hier, da, Fisch. Fass. Oh yes, Baby. Das nenne ich mal ein gutes, gutes Steakhouse. Wie beißen denn die Fische heute? Ich glaube, die beißen heute gar nicht. Kann das sein? Aber ich bin auf jeden Fall am Angeln. Oh, ihr Kleun. Ja, hab ein. Ja, Aufgabe erledigt. Diesen Fisch werde ich mir jetzt so reinfetzen. Fischi Business. Fischi Business. Okay, das heißt also, es steht zwei zu zwei. Jeder hat seine Aufgabe erledigt für diese Folge. Okay, ich gehe jetzt noch weiter angeln und das ist so gut, dass ich eine Angel habe. Stimmt, jetzt kannst du Essen fangen, gell? Aber Angeln ist so das Langweiligste überhaupt. Let's go, my man. Sag das doch nicht. Angeln ist eine... Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Aufgabe bei Minecraft. Minecraft! Na, langweilig. Nach insgesamt 23 Minuten Aufnahme hat es Lars geschafft, die Angel ins Wasser zu schmeißen. Damit beenden wir die zweite Episode. Also, wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge.